Der nächste Redner kommt von der FPÖ, Christian Lausch. Danke, Herr Präsident, Herr Rechnungshofpräsident. Auch ich widme mir den Kapitel, Schüler mit Migrationshintergrund, generell dem Schulwesen. Ich will mich mal beim Herrn Rechnungshofpräsidenten bedanken und seinem Team für diesen hervorragenden Bericht. Hat wieder einiges aufgezeigt. Ja, Schüler lernen von Schülern am besten. Das hat man heute schon hören können von Abgeordneten, also von Kollegen Mayer und von Herrn Walser. Das möge alles so sein. Und darum wundert es mich noch extremer, dass man sich genau von diesen zwei Parteien gegen unseren Antrag, Vorschlag, Idee, die nichts kosten würde, spielerisches Lernen, also Deutsch als Pausensprache, umso mehr verwehrt und sagt, das ist ja Unsinn und das bringt nichts und so. Ich denke, das wäre spielerisches Lernen, das könnte man hier, Schüler vom Schülern könnten hier auch in der Pause die Zeit sinnvoll nutzen und was lernen. Und ich kann Ihnen nur sagen von Schülern, beziehungsweise auch jetzt schon mittlerweile Erwachsene, aber die in Österreich in die Schule gegangen sind mit Migrationshintergrund, die gut integriert sind, die bestätigen das und sagen, sie haben in der Schule immer Deutsch gesprochen, auch in der Pause und haben auch in der Freizeit natürlich ihre Heimatpflege genutzt und auch ihre Kultur beibehalten und so weiter und so gut. Und so soll es auch sein, weil ich denke mir, nach der Schule ist genug Zeit. Und der Rechnungshofbericht zeigt ja auch eines auf, dass man im Schuljahr 2010-2011 laut einer Schätzung des Ministeriums des BMUKK rund 14 Millionen Euro für den muttersprachlichen Unterricht aufgewendet hat. Das war damals schon, 2010-2011 eine Steigerung von 44,3 Prozent. Das ist natürlich 14 Millionen Euro im Schulsystem. Das ist natürlich Geld, das generell und gesamt fehlt. Und ob das jetzt in diesem Ausmaß notwendig ist, das wird von meiner Fraktion und von mir in Zweifel gestellt, aber auch hier vom, so empfinde ich das, etwas kritisch vom Rechnungshof hier dargelegt. Ja, was noch erschreckend ist, das war im Schuljahr 2012-2013 gab es 5.367 Schulversuche in Österreich. Das sind quasi 50 Prozent der Standorte wurden hier mehr oder weniger Schulversuche durchgeführt. Und schauen Sie, wenn man das jetzt am Vergleich, das ist ein Bundesministerium sparsam, wirtschaftlich, zweckmäßig hat das zu arbeiten. Und erschreckend ist aus meiner Sicht das. Jeder Private, jede Firma würde fragen einmal, was kosten diese Schulversuche, was kostet das? Und hier ist es so, dass man nicht einmal im Nachhinein, im Nachhinein konnte der Rechnungshof nicht feststellen und wie wird auch in dem Bericht festgestellt, dass es keine Übersicht darüber gibt, wie hoch die Ausgaben für diese Schulversuche waren. Also, meine Damen und Herren, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Das ist ja eigentlich ein Irrsinn. Man startet einmal Schulversuche und nicht wenige, ja, nicht wenige, 50 Prozent der Schulstandorte, weiß nicht einmal im Vorhinein, was das kostet, erkundigt sich auch gar nicht. Und auch im Nachhinein weiß man bis heute eigentlich nicht, was diese Schulversuche gekostet haben. Das Geld fehlt natürlich in der Bildung, das fehlt schwerlich in der Bildung. Und mit diesem Geld könnte man wahrscheinlich Sinnvolleres in der Bildung machen. Und das ist natürlich traurig, dass ein Bundesministerium eigentlich so arbeitet. Und darum danke ich den Rechnungshof doppelt, dass er genau solche Sachen, solche Missstände aufzeigt, um hier das Parlament zu unterstützen. Noch einmal herzlichen Dank, großartige Arbeit. Dankeschön. Christian Lausch von der FPÖ kritisiert die zahlreichen Schulversuche. Der nächste Redner ist der Herr Abg. Filipp.